hallo ihr lieben ich möchte ganz schnell euch noch mal ein kleines tutorial machen wie man die stacks verwalten kann und aufteilen kann das ist jetzt hier für den pc wird aber bei der playstation oder bei der xbox ähnlich sein die tasten sind halt eben etwas anders gut machen wir das inventar auf ich kalle mir einfach jetzt ja das stase gerät ziehe es rüber rücken mit s zack habe ich schon eins rausgezogen man kann es auch weiter machen drücke wieder drücke wieder es 12 mal gedrückt also hat man zwei das gleiche bei dem kohlenstoff das geht in den 10er schritten einmal s 10 zweimal s 20 und so weiter wenn man das wieder packt kann man es weiter verteilen ok das war's auch schon hoffe das konnte ganz schnell ein bisschen helfen ich denke schon ist übersichtlicher als wenn man das lesen muss und dann wünsche ich euch noch eine schöne zeit und viel spaß bei no man's sky bis dann